So, meine Lieben, ich habe Kaffee, alles da, was ich brauche, ne? Dann, ja, herzlich willkommen bei Border Allein, würde ich sagen. So, ich habe heute kein spezielles Thema, muss ich ehrlicherweise sagen. Normalerweise habe ich ja immer so, irgendwie klappt das hier mit dem Mikro nicht und... Ach, einmal, einmal mit Profis arbeiten, wisst ihr? Ach, ist egal. Das ist hier so hängen und gut ist, so. So, mir geht es heute eigentlich darum, um das Thema Trigger nochmal aufzugreifen, weil das ist bei mir gerade in dieser Woche so, ja, wie soll ich sagen, so omnipräsent gewesen. Das Mikro stört mich immer noch. So, das war omnipräsent, weil es doch, ja, wirklich harte Trigger tatsächlich gab und mir dann echt aufgefallen ist, nach all den Jahrhunderten der Therapie, also nach all dem ganzen, ganzen... Nach den ganzen Materungen habe ich immer noch nicht gelernt, was meine Trigger sind. Und es gab tatsächlich harte Trigger und, ja, meine Therapeutin und ich, wir haben aktuell, stand jetzt noch, ich glaube 20 Stunden, dann ist die Therapie vorbei. Ich mache eine Verhaltenstherapie nur so am Rande und wir sind jetzt übereingekommen, dass wir quasi nicht mehr jetzt in der Vergangenheit rumkramen oder andere Verhaltensmuster, die ich eigentlich wirklich schon richtig gut auf die Kette... Also, ich bin quasi, ich bin ja wieder rund erneuert, ja. Also, ich war das Modell am Schrottplatz, was keiner haben wollte, der Hund im Tierheim, der traurig blickte, das Kind am Karussell, was ich nicht aufhörte zu drehen und jetzt bin ich quasi rund erneuert. Das heißt, mein TÜV ist jetzt um die nächsten zwei Jahre mindestens aktualisiert. Ist geil, ne? Okay, das war Spaß, aber, nee, was ich damit sagen will, ist, dass vieles wirklich viel, viel, viel besser geworden ist, als zum Beispiel noch zu der Zeit, als Adios gedreht wurde. Und, also, damit meine ich meine letzte Folge damals, nichts anderes. Und eins hat sich aber immer wieder rauskristallisiert, Punkt eins, ich kenne meine Trigger-Punkte nicht. Punkt zwei, ich kann immer noch nicht so richtig damit umgehen. Also, ich bin immer noch nicht okay damit. Natürlich kenne ich diverse Trigger, wie, wenn man mir irgendwie, ich sag mal, auf eine Art und Weise entgegenkommt oder wenn man mich zum Beispiel zu Unrecht für irgendwas verurteilt, also mich zu Unrecht beschuldigt, ich hätte das, ich hätte das und ich sehe es nochmal ganz anders. Mit zu Unrecht meine ich jetzt nicht, dass das wirklich zu Unrecht ist, aber der Fakt, dass ich mich ungerecht behandelt fühle, reicht bei mir aus, um einmal kurz nach oben zu schießen. So komplett aus der Hose zu schießen. Ich brauche einen Kaffee. Und, da ist es immer noch so ein bisschen, das muss ich ehrlicherweise zugeben, so der, die Gratwanderung zwischen, ja, ich weiß, ich habe recht und, ja, ich weiß, ich habe vielleicht nicht recht, aber allein der Fakt, dass man mir unterstellt, dass ich nicht recht habe, der reicht oftmals schon aus, so, ja, so unfair das nun mal klingt oder ist, ja, gerade für mein Gegenüber, ja, aber dann kommen natürlich die wirklich unvorhersehbaren Trigger und die treffen mich nach wie vor wie jeden anderen auch, weil sie sind ja unvorhersehbar, das heißt ja, unterm Strich kannst du dich nicht darauf einstellen. Das ist völlig right, kann man nicht, aber ich habe dann auch immer noch kein Mittel, um mich da adäquat rauszukatapultieren wieder. Das heißt, ich lasse mich zu sehr auf meine Triggerpunkte ein. Ich verfalle dann quasi in so ein, ja, in so ein Muster, wo ich da eintauche in die Trigger. So, und das ist eine Sache, die ich dann auch als Therapieziel jetzt die letzten 20 Stunden ausgegeben habe, weil ihr könnt ja euer Therapieziel, könnt ihr ja mit dem Therapeuten besprechen. Das gebt ihr ja vor, nicht er. Er begleitet euch ja nur. So, und ich habe gesagt, pass mal auf, junge Frau, ich will damit umgehen können. Und sie so, machen wir. Und ich so, ja, und jetzt? Gut. Wie gesagt, um jetzt wieder auf den Punkt zu kommen, ich kann mich da unheimlich schwer rausholen. Das heißt, ich muss die quasi durchhalten. Ich muss die quasi ertragen. Es ist natürlich, natürlich ist es auch bei jedem normalen Menschen in Anführungszeichen so, dass natürlich auch er einen Trigger hat. Ein Trigger ist ja nicht nur uns vorbehalten. Ja, es gibt ja für jeden Menschen Triggerpunkte. Ja, oder Sachen, die einen, die einen irgendwie aus der Ruhe bringen, aus der Fassung bringen, die einen ärgern, ach, die einen wütend machen, traurig machen, was weiß ich. So, das sind ja nichts anderes als Trigger. Nur, wir haben es so ein bisschen für uns vereinnahmt, aber jeder Mensch hat einen Trigger. Nur, wir gehen halt anders damit um. Oder eben auch nicht. Wir gehen damit gar nicht um. Das ist halt das Lustige an der Persönlichkeitsstörung, dass, ja, es ist immer wieder interessant zu sehen, wie mag der Irrsinnige wohl damit umgehen. Und ich möchte ganz einfach nur, das Einzige, was ich eigentlich erreichen möchte, ist, dass ich da nicht über den Trigger in den Zustand verfalle. Dass ich, wenn ich getriggert worden bin, was man, wie gesagt, nun mal nicht vermeiden kann, dass ich dann den Absprung schaffe oder die Kurve kratze und sage so, Nähzustand, äh, jalla, mach dich weg, Bruder. Geh weg von mir. Und das ist jetzt mein nächstes wirklich akutes primäres Ziel, dass ich das erreichen möchte. So, und ich weiß, viele, viele von euch haben dasselbe Problem. Ich werde euch auf dem Laufen halten, was das angeht. Ähm, aber dann gibt es natürlich, und ich glaube, ich weiß es natürlich nicht, aber ich glaube, es gibt diese Trigger, die dich so heftig mitnehmen, so heftig abholen, dass du gar keine Chance hast, da nochmal irgendwie die Kurve zu kriegen. Weil gerade, wenn die dann aus dem Nichts kommen, ja, ich hatte, wie gesagt, ich überlege auch gerade, deswegen fange ich da nochmal mit an, die ganze Zeit, ob ich das jetzt so kommunizieren soll und wie ich es verpacke. Ich hatte einen Trigger am Telefon, ähm, wo ich gesagt habe, du, da kann ich jetzt nicht drüber reden. Und dann hat mein Gegenüber gesagt, na gut, wenn du nicht reden kannst, dann rede ich auch nicht mit dir. Bei mir war es aber so, ich kam gerade aus der Therapie und konnte in diesem Augenblick, ich war noch so im Verarbeitungsmodus, ich weiß nicht, ob das jeder von euch kennt, äh, wahrscheinlich ja, wenn man aus der Therapie kommt, dann hat man wirklich so ein, ja, da braucht man so eine Stunde auf zwei, manchmal auch einen Tag oder zwei Tage, je nachdem, wie hart die Sitzung war oder wie gut die Sitzung war. Aber man muss das erstmal so für sich verarbeiten und, und, ja, so, so ein bisschen, ja, wirken lassen, sacken lassen. Und in dieser Phase zum Beispiel fällt es mir erstmal grundsätzlich schwer, mit anderen Menschen, egal wer das ist, darüber zu reden. Ich möchte, und ich bin so ein Typ, ich muss das erstmal so für mich ausmachen, so. Aber was ich gelernt habe, gib deinem Umfeld auf jeden Fall, wirf so ein paar Happen dahin, ja. Gib dem, äh, gib dem Affen Zucker, hier, pass mal auf, das und das haben wir heute besprochen, der Rest kommt später. Und ich finde eigentlich, dass das ein ziemlich, ziemlich guter Deal ist. Wenn dein Gegenüber sich da aber nicht drauf einlässt und dann sagt er, rede ich mit dir auch nicht mehr, das ist natürlich für mich in der Situation ein Hardcore-Trigger gewesen. Ein Hardcore-Trigger. Mit dem ich dann auch nicht umgehen konnte und ich da komplett wirklich sofort nach der Therapie auch in den Zustand gekommen bin. Und, äh, da konnte ich mich dann auch nicht retten. Ja, auf den Zustand habe ich mich dann aber auch eingelassen. Und ich glaube auch, das macht man bewusst, weil dann will man auch sauer sein. Dann will man sich darauf einlassen. Und dann will man zeigen, guck mal, was du gerade mit mir gemacht hast. Und dann fällt es natürlich umso schwerer, dieses ganze Prozedere zu stoppen. Zu sagen so, ey, ja, du hast gerade Blödsinn gequatscht. Du, hör mal, das war nicht cool. Das wäre der normale Weg, so kommunizieren und zeigen so, hör mal, das war nicht cool, ich möchte das so nicht, ne? Halt, stopp, ich möchte keinen Streit. So, und, Moment. Kaffee ist schon, Kaffee ist schon eine Geileit. Also nach mir. Okay. Und das sollte eigentlich die Prämisse sein, dass man kommuniziert, du, hör mal, du bist hier, du gehst hier gerade einen Schritt zu weit, achte bitte auf deine Wortwahl oder lass uns das Gespräch hier beenden. Das ging aber in dem Moment bei mir nicht. Und das habe ich halt häufiger, dass es dann nicht geht. Und ich bin dann derjenige, der sagt, du, pass mal auf, du kennst mich doch, du weißt doch, wie ich reagiere. Du hast schon, keine Ahnung, zig Situationen mit mir erlebt und quasi kommt dann ein Gefühl zustande. Und das ist was, das kann ich noch weniger leiden. Dass man in dem Augenblick Macht über mich hat. Das kann ich generell von meiner, von meinem Charakter her, von meiner Persönlichkeit her, kann ich das schon nicht leiden. Ja, ich bin eher so der, und das meine ich jetzt gar nicht auf die sexuelle Basis gesehen, sondern ich bin eher der dominante Typ, beziehungsweise lass mich nicht delegieren, beziehungsweise dominieren. So, da stößt man bei mir sofort auf Unverständnis. Aber, wenn ich aus der Therapie komme, oder wenn ich in einem Zustand bin, dann bin ich nackt. Dann bin ich emotional und physisch komplett nackt. Und dann bin ich angreifbar. Und ich finde, dass, ja, wie soll ich das sagen, ich unterstelle dem anderen niemals böse Absicht, aber ich finde trotzdem, wenn der andere das weiß, dass man eigentlich unglaublich angreifbar in dem Moment ist und er dann trotzdem im übertragenen Sinne weitermacht oder noch einen draufsetzt, dann empfinde ich das immer als Angriff auf mein Leben. Das ist ja fast wie versuchter Totschlag, so ungefähr. Klingt jetzt hart, meine ich aber tatsächlich so. Also emotionaler Totschlag. Und damit ist für mich dann auch ein Punkt erreicht, wo ich dann auch, ja, so in meine typischen Muster verfalle, wo ich dann sage, alles klar, bis hier noch nicht weiter. Und jetzt, bam, dann holt man sich quasi die Dominanz auf anderem Wege wieder zurück. Und zwar, indem man dann hergeht und, was weiß ich, selber dann als, als, aus der Opferrolle, ja, so ein bisschen in die Täterrolle kommt. Versteht ihr, wie ich meine? Dass man sagt so, weißt du was, alles klar, du hast mir wehgetan, bääms, bääms, kriegst du zweimal zurück. Ist auch nicht die feine Englische, das weiß ich wohl. Aber, jetzt mal im Ernst, ich meine, ich habe eine emotionale Borderline-Störung mit so ein paar anderen Diagnosen dabei, weiß teilweise selber nicht, wohin mit mir und dann möge man mir verzeihen, dass ich in diesen Momenten nicht so reagiere, wie mein Umfeld. Und, upsala, da war mein erster Röpser in, keine Ahnung, drei, boahlein. Dass mein Umfeld da wirklich eher darauf eingeht. Das erwarte ich. Auf mich eingeht. So, bei mir ist es keine Einbahnstraße, das sage ich auch ganz klar. Ich versuche auch immer, mit meinem Umfeld so umzugehen, dass es denen weitestgehend gut geht. Ich meine, alter, wer bin ich? Ich meine, mir wächst kein Gras aus der Tasche, ich kann nicht über Wasser laufen. Natürlich tue ich meinen Leuten auch weh. Natürlich sage ich auch Sachen, die sind fernab von allem Gut und Böse. Und natürlich baue ich auch genug Scheiße. Ich bin ja eh nicht der Messias, der, keine Ahnung, der, ja, reiner Weste, nicht mit dem Stein im Glashaus sitzend schmeißend, schmeißend sitzend, ist doch egal, hier sitzt, sondern ich habe so viele verdammte Fehler, glaubt mir, so viele Fehler. Und auch ich latsche wahrscheinlich schon mal in emotionale Mülleimer rein. Aber ich weiß immer, was ich da tue. Und das weiß ich dann auch, komischerweise, wenn ich dann in so einen Trigger geworfen werde und dann wirklich nicht mehr weiter weiß und dann wirklich aus der Hose schieße, dann weiß ich natürlich auch, was ich tue. So von wegen, was, du hast mir weh getan, doppelt zurück. Das weiß ich schon ganz genau. Aber das finde ich in diesem Moment als Gegenstrafe dann völlig, völlig akzeptabel. Das kann man jetzt moralisch sehen, wie man will. Ich finde es selber auch nicht cool, sage ich ganz ehrlich. Ich finde es dann immer noch besser zu sagen, du, du hast mich jetzt zwar hier so heftig verletzt, aber das fand ich nicht gut. Und wenn du das nochmal machst, dann haben wir beide in unserer Freundschaft, in unserer Beziehung, in unserer familiären Bindung oder sonst irgendwie keine Zukunft mehr. So irgendwie so auf die Art und Weise. Ihr wisst, wie ich meine. Dass man sich halt ganz normal, verbal da mit auseinandersetzt. Aber nochmal, ihr nicht erkranken. Ihr macht das mit jemandem, der eine Persönlichkeitsstörung hat. Und die ist auch hier nicht mein Schutzschild, zu sagen, ich darf. Das ist kein Darfschein. Aber ich erwarte doch von dir, dass du mit mir so umgehst, wie ich bin. Mit meiner, nennen wir es Einschränkung, Gabe. Mit meiner Krankheit. Mit meiner Herrlichkeit. Ey, Alter, geh doch mit mir vernünftig um. Du kennst mich. Du weißt, wo ich am verletzbarsten bin. Und du weißt, wo ich am stärksten bin. Also, dann geh doch her und fördere mich. Statt mir das Gefühl zu geben, du ergreifst Macht über mich. Und damit meine ich jeden, der mit mir zu tun hat. Jeden. Ich lasse es. Äh, sorry. Kinder, wollte ich gerade sagen, lasse ich mal außen vor. Aber auch von den großen Kindern erwarte ich das. Na, egal. So. Das steht auf dem anderen Blatt Papier. Aber. Das ist manchmal, sind wir natürlich auch riesen Gefahren ausgesetzt. Das, wenn man zum Beispiel in einen, in eine, in eine Streitsituation verfällt. Und. Euer Gegenüber kennt euch. Und weiß genau, wie ihr funktioniert. Und setzt dann Triggerpunkte. Ich meine, das macht jeder im Streit schon mal. Jeder setzt mal so Nadelstiche, so, um den anderen zu verletzen. Dafür streitet man ja. Um seine Meinung durchzudrücken oder whatever. Das Problem ist, was viele nicht bedenken. Wenn man das mit uns macht. Und das bringe ich jetzt knochenhart auch auf den Punkt. Dann kann es sein, dass dieser Streit eventuell unser letzter war. Und das muss man sich einfach mal so auf der Zunge zergehen lassen. Ich lasse das mal wirken. Es kann sein, dass dieser Streit tatsächlich für uns der letzte Streit war. Weil wir danach nicht mehr sind. Versteht ihr, wie ich das meine? Und das ist der Unterschied zu den normalen Streitereien unter Nichterkranken. Ich habe auch immer wieder das Gefühl, ich müsste das rechtfertigen. Aber noch mal, wir haben eine Krankheit. Punkt. Oder eine Störung. Egal welcher Couleur, egal welche Art und Weise. Scheißt der Hund da drauf? Wir haben eine Störung. Und ich möchte, dass du diese Störung respektierst. Auch im Streit. Und ja, jeder, der mich näher kennt. Auch ich bin schon mal über Grenzen gegangen im Streit. Na klar. Aber wissentlich, dass sich mein Gegenüber gleich nicht direkt von der Brücke stürzt. Klar habe ich schon Leuten wehgetan. Und das nicht zu knapp, Leute. Nicht zu knapp. Ja, richtig wehgetan. Dinge, die mir bis heute, die mich bis ins Mark treffen, wenn ich nur daran denke. Und die Menschen, die mir gerade zuhören, die mich kennen, die wissen auch genau, wer da gemeint ist. Das sind einfach Dinge, die treffen mich bis heute ins Mark. An denen habe ich zu nagen. An denen habe ich richtig zu nagen. So. Und das ist aber auch wieder meine gute Seite. Es ist mir nicht scheißegal, was mit den Menschen passiert. Auch wenn die Menschen mir das nachsagen. Und auch wenn die sagen, boah Sven, du handelst ja ganz anders, als du sagst. Ja, verdammt nochmal, ich handel manchmal impulsiv und emotional. Und mach Dinge, die stehen wirklich in keiner Bibel geschrieben. Und in keinem Gesetzbuch geschrieben. Das mit dem Gesetzbuch streichen wir wieder. So. Na klar mache ich das. Ey, Digga. Ich will da gar nicht so tief ins Detail tauchen. Ich müsste mich auch persönlich noch so bei einigen Menschen entschuldigen. Aber, da bin ich dann wirklich Realist und sage, ja, aber wem nutzt das was? Damit es mir besser geht? Ne. Ich muss das mit mir selber ausmachen, leider. Wohl mit meiner Therapeutin, die arme. Die arme. Ja doch. Die gute, arme Frau. Sie war vor mir, war sie eine wirklich stabile Therapeutin. Und jetzt habe ich sie einfach gebrochen. Falls Sie das hören. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sehen uns morgen. Und das ist etwas, um jetzt nochmal auf den Kern zu kommen, auf den Trigger zu kommen. Das ist etwas, das verurteile ich, wenn man im Streit bei einem Gestörten, und das meine ich jetzt auch genau so, wie ich sage, soll gar nicht negativ klingen. Wenn man da bewusste Trigger setzt, um den richtig zu verletzen, dann spielt ihr mit dem Feuer. Und das sage ich aus eigener Erfahrung. Es gab bei mir zwei, drei, vier, vielleicht auch fünfmal die Momente, wo es tatsächlich auch fast mein letzter Streit gewesen wäre. Und dann geht man aus dem Streit und kündigt nicht an, so, jetzt ist es vorbei. Sondern dann geht man mit der Prämisse aus der Tür, jetzt ist es vorbei. Und man ist ruhig. Man sagt dann gar nichts mehr. So, und das ist gefährlich. Das ist ein ganz gefährliches Spiel und da appelliere ich an jeden von euch, der da draußen jetzt zuhört. Und es sind ja teilweise doch zwei, drei Menschen, die ich erreiche. Hängt mal noch drei Nullen dran für den Podcast. Und bitte, achtet auf euch. Achtet aber auch auf euer Gegenüber. Ey, ich weiß, im Streit verliert man schon mal den Respekt. Ich weiß das. Aber versucht so respektvoll wie möglich auch im Streit miteinander umzugehen. Ich bin zum Beispiel mittlerweile ganz ruhig geworden. Ich schreie vielleicht mal, wenn ich mich irgendwie im Streit höre. Aber ansonsten versuche ich so bedacht wie möglich an diese Situation dann oder mich in dieser Situation zu verhalten. Aber ich wirklich, ich appelliere an jeden da draußen. Achtet auf euch gegenseitig. Guckt nicht, dass es so weit kommt, dass einer von euch beiden danach nicht mehr isst. Und mit nicht mehr essen meine ich keine Diät von Weight Watchers, sondern nicht mehr da ist. Und ich glaube, auch mit diesem Appell können wir diese Folge wunderbar beenden. Und ja, muss ich noch ein bisschen Werbung für irgendwas machen. Ey, was ist los mit euch? LHDY.de Ich habe geile Klamotten, aber ich bin noch kein Millionär. Also, was ist los? Guckt in den Shop. Kauft. Meine Bücher, das ist tatsächlich etwas, das freut mich richtig. Die werden jetzt wieder richtig gut gekauft, seit ich wieder aktiv bin. Seit ich auf TikTok aktiv bin und auch hier wieder mit dem Podcast. Ach ja, ich habe mein Logo etwas abgeändert. Ich habe versucht, den Kern zu lassen. Das heißt, dieses schreiende Gesicht. Aber mir war das Logo, das ist auch so ein Logo, das hat mich getriggert. Jetzt gerade. Also, jetzt nicht jetzt gerade, aber so die letzten Tage. Ich musste es etwas ändern. Also, bitte wundert euch nicht, das Logo ist etwas abgeändert. Es ist ein wenig freundlicher, weil auch ich bin ein wenig freundlicher und positiver geworden. Und dieses Logo hat sehr viel negatives Mindset für mich. Deswegen musste ich das ändern. Und ich weiß, viele von euch haben gesagt, nee, wir wollen das alte Logo behalten, weil ich hatte das schon mal thematisiert in einem Livestream. Und ja, und dann möchte ich noch allen, die hier zuhören, eine Sache ans Herz legen. Und zwar habe ich, und das ist mir wirklich wichtig, auf TikTok gibt es ja die Möglichkeit, ein Abo zu hinterlassen. So. Habe ich mich nie drum gekümmert, war mir immer egal. Mich brauchte keiner abonnieren, ich war ja da. Aber dann kamen die ersten Abos und dann habe ich mich damit beschäftigt und klar weiß ich, dass ich dann Geld kriege. Ich will ja hier nicht drum und heißen Breit drum. Ich ärgere mich da auch nicht drüber, um Gottes Willen. Jeder kriegt gerne Geld. Aber ich bin dann so ein Typ, ich setze mich nicht dahin und sage, jo, danke, dass du jetzt, keine Ahnung, zwei oder drei Euro im Monat bezahlst. Habe mir dann überlegt, alles klar, wir gründen eine Selbsthilfegruppe. Klingt komisch, ist es aber nicht. Auf TikTok kann man jetzt auf meinem Kanal ein Abo machen und dann gibt es jeden Donnerstag 19.30 Uhr einen Livestream auf TikTok, der nur für die Abonnenten bestimmt ist. Das heißt, da kommt auch kein anderer rein, sondern es ist quasi ein geschlossener Raum nur für uns. Das habe ich, wie gesagt, ins Leben gerufen, weil ich gesagt habe, für dieses Abo musst du den Leuten noch etwas zurückgeben. Es kann nicht sein, dass irgendjemand jemand Geld gibt und ich gebe dafür nichts zurück. Und von daher, wer von euch Interesse hat und bei TikTok ist, kommt auf meinen Kanal, schließt ein Abo ab und ihr seid automatisch mit in der Selbsthilfegruppe. Ich sage aber auch eins, eindeutig und ganz klar, sollte da jemand drunter sein, der überhaupt nicht, der die Selbsthilfegruppe nicht respektiert oder sonst irgendwas, den schmeiße ich dann auch raus. Ja, also da möchte ich eine ganz klare Ansage auch machen. Da schützt euch auch ein Abo nicht. Das muss natürlich ein Self-Place sein und bleiben. Wir hatten letzte Woche, hatten wir eine richtig gute Selbsthilfegruppe, wo wir auch gelacht haben. Also ihr müsst euch das nicht so vorstellen, dass wir da nur sitzen und uns gegenseitig beweinen. Nee, wir haben auch viel gelacht und dummtych gequatscht. Aber sind auch in viele tiefgründige Sachen oder Thematiken gekommen, ja. Und das Geile ist halt einfach, dass da auch unheimlich viel wichtige Informationen ausgetauscht werden können. Ich wusste zum Beispiel, wusste ich nicht, dass wenn man offiziell eine Selbsthilfegruppe irgendwo macht, also eine physische mit Raum und richtigen Menschen, also mit richtigen Menschen und nicht mit so Pappnasen wie jederzeit. Mensch, Spaß. Nein, doch, ein bisschen, dass man da subventioniert wird von den Krankenkassen und so weiter. Und da ich heldenhaft der Meinung bin, dass mir sowas liegt, werde ich mich auch darum kümmern, dass ich wirklich auch eine physische Selbsthilfegruppe gründen werde. Wie das vonstatten geht, ich habe keine Ahnung. Ich wusste das aber zum Beispiel gar nicht, dass man das überhaupt finanziert bekommt von den Krankenkassen, sodass man diese Fixkosten wenigstens wieder drin hat. Alles andere ist ja natürlich dann plus minus null, aber das ist mir ja egal. Und solche Sachen tauschen wir halt in der Selbsthilfegruppe aus und dafür ist es mega, wirklich mega. Okay, so ihr Lieben, dann wünsche ich euch noch einen schönen Resttag. Wir haben heute Donnerstag. Wundert euch nicht, dass die Folge heute kommt. Weil es nicht Montag ist. Ich will auch keine Strukturen durchbrechen, aber am Montag war Feiertag. Da sollte eigentlich eine X der Podcast-Folge rauskommen. Dieses Projekt werde ich erstmal auf Eis legen. Ich konzentriere mich nur noch auf Border Align und Fressat Vorfahrt. Fressat Vorfahrt ist der andere Podcast, mit dem wir sehr erfolgreich waren. Der lebt auch wieder. Die erste Folge ist jetzt wieder draußen. Das heißt, ich habe zwei Projekte und auf die möchte ich mich konzentrieren. Dann die Selbsthilfegruppe. Dann habe ich ja hier noch mit den Videos. Also ich bin ausgelastet, richtig ausgelastet. Und dann bleibt X der Podcast auf der Strecke. Das tut auch keinem weh, glaube ich. Ich meine, da gab es zwölf Folgen oder 13 Folgen. Und da ist alles cool. Aber ich möchte etwas, wenn ich etwas mache, es auch richtig machen. Und nicht mit einem halben Arsch. Also von daher bleibt X der Podcast erstmal geschlossen. Und das hat sonst auch keinen weiteren Grund. Wenn ihr Bock habt zu lachen. Also Fressat Vorfahrt ist ein Comedy-Podcast mit mir und Marcel. Also Marcy Darcy. Und ich bin Svenny von Penny. Und wir schmeißen uns wirklich die Sprüche so um die Ohren. Es ist unheimlich unterhaltsam. Wir gehen aber auch da in Real-Talk-Situationen. Wir sprechen über die Geschehnisse auf der Welt und so weiter. Ich glaube zum Abschalten ist das, also nicht zum Ausmachen, sondern so zum Abschalten, zum Runterkommen, ist das ganz cool für jeden, der vielleicht nicht so viel lacht. Und wir wollen ja auch lachen und nicht nur in Traurigkeit versinken. In diesem Sinne, macht es gut. Habt den guten Tag. Passt auf euch auf. Euer Sven. Das schneide ich raus. Das schneide ich raus. Vielen Dank.